so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinen kanal heute gibt die tosch pyro 56 gekauft offensichtlicherweise bei röde lustig nein 280 gramm aber jetzt bin ich raus leute und das ist eine richtig fette zehn euro cake mit einer fontäne am anfang hat dann fünf schuss heuler aufschlag und dann 20 schuss gold aufschlag richtig geile final oder anfangs batterie in einem feuerwerk zum beispiel und die gucken uns das mal an ich freue mich schon auf die let's go let's raus let's go raus und let's zündung 56 56 grad und es wird noch scheißer macht den beat nie wieder anja jetzt halt's maul jetzt wird's krass lennart du darfst ich darf vorsicht das wird eine überraschungs batterie könnte sein alter das ist was für ein erstes schlag geil alter für 10er augen Bis zum nächsten Mal.